Die Tower ist auch keiner, soweit ich also, soweit man von hier sehen kann. Gut, nächster. Boah, unter den Hangars überhaupt noch was. Ja. Da hat auf jeden Fall grad noch was drin gelegen. Oh, ne Puna-Dose. Ja, wenigstens ein Zeichen. Hier liegt auch noch was. Ist das? Ist das ein Messer, oder? Ein SKS-Bajonett, lol. Loll, hol mal mit, oder? Ich weiß nicht. Na, gib mir das. Wo ist das denn? Hier im Hangar, hier vorne. Hier. Ne, ist ein SKS-Bajonett, will ich nicht. Das sah aber meiner Waffe kacke aus. Beide? Okay. Achtet! Ja. Kommt man hier rein? Nein, nein. Gar nicht. Nein, nein. Nein, da kommst du nicht rein. Okay, dann wieder durch den Wald. Und dann da hinten in die Häuser. Die eine Baracke kommst du, glaube ich, schreien. Ja, genau. Die hier vorne. Direkt vor uns ist das. Das müsste ich, ja, genau. Da war letztendlich auch gut Loot drin. Aber wahrscheinlich war schon vorher jemand hier. Ja, weiß es ja nicht. Die Tür sind alle offen drin. Hier liegt ein Celine-Bag. Ah, ich hab schon eins dabei. Hier ist ein grüner Rucksack. Geil, den nehm ich. Nein! Hier ist noch eine UK-Assault-Bag. Oh, warte, die hol ich mir. Die ist pristine. Aber ich hab jetzt auch einen grünen Rucksack. Nice, ey. Sehr schön. Da. Oder da hinten, ist sonst noch was? Ne. Also können wir. Wann auf irgendjemand grüne Farbe? War hier nix mehr? Ja, was ist jetzt eigentlich mit der grünen Farbe? Kann ich da jetzt wenigstens mal meine Helm oder so mit besprühen? Ja, kannst du. Hab ich da auch schon gemacht. Ah, dann gib mir mal die grüne Farbe. Ja, ich leg dir mal hier in den Flur. Geht mal besser da weg, ey. Oder halt mal einer Decken auf die Tür. Also, sonst voller ich hier noch irgendein um nachher, wenn einer reinkommt. So, hier liegt sie jetzt, André. Nehm den Schuhen. Alles klar. Da. Grüne Farbe. Und was besprühen wir denn? Ich kann nur die M4 damit besprühen, steht hier. Den Helm habe ich auch damit besprüht. Aber es steht mir hier nicht zur Auswahl. Oder muss ich den erst ausziehen? Na, ich hab den auch so gemacht. Komisch. Kann ich sein, dass du den erst ausziehen musst. Aber ich glaub, ich hab da direkt oder drauf gezogen. Die Sprühdose. Wie einfach mal drauf zu ziehen, genau. Na, hab ich. Jetzt hat die die ausgezogen. Jetzt ist ein grün. Und jetzt ist er weg. Nein, der ist grün. Der ist grün. Okay, bei mir ist er noch nicht da. Bei mir klitscht eine Waffe, auch ein bisschen komisch rum. Ah, jetzt nicht mehr. Also, bei euch hab ich meinen grünen Helm jetzt an, ne? Jo. Okay. Probier ich's mal... Hier mit. Komm, wenn die Sonne jetzt durchkommt, sieht richtig geil aus, ey. Mit den Wolken und so. Hm. Wie der Org, geil, ey. Toll, das Gewiche hier auf den Scheiben sieht so aus wie ein Brunenschädel. Ah, jetzt hab ich's auch. Das ist schon nix Gutes bei mir. Ja. So. Weiter können... Mal... Gehen. Weiter können... Mal... Gehen. André. Ja. Weißt du, wo wir zu Airborne gefahren sind? Und ich dann auf die Heckscheibe hinten bei Reel was draufgeschrieben hab und das dann so wie in der Blutschrift zerlaufen ist. Ja. Hahaha. Das war auch ein Zeichen. Boah, Alec. Da hab ich Schiss gehabt. Aber ich hab an meinem Fenster direkt nen Pentagram dran gemacht. Achso, ich will sagen direkt weiter. An dein Fenster. Oder an deine Seite. Ja, an mein... Also an das Fenster an meiner Seite. Also an das Fenster an meiner Seite. So. Was ist hier? Ich geh mal rechts daneben rein. Was ist denn hier alles rumgeliecht? Alter, bei mir ist das immer noch ganz schön buggy hier. Loll. Geil, warte mal kurz. Ich zieh mal kurz nen neuen Helm an. Du hast nen Hut gefunden, oder? Hammer. Loll, Bauarbeiterhelm. Geil. Loll, Bauarbeiterhelm. Warte mal kurz. Ich zieh mal kurz nen neuen Helm an. Boah, weiterhelm. So nen gelben. So nen gelben. Total unauffällig. Was hier nen Helm mit drin ist. Am besten ziehst du den Helm an und dann holst du nochmal deinen roten Rucksack da hinten wieder. Ja, genau. Und dann schießt du ab jetzt immer, wenn du kommst. Und schreist durch Bruchflork. So spielen wir jetzt der größeren Halle. Oh, okay. Wir hinter André, André lass mal laufen. Jupp. Ich lass immer noch. Immer grad hoch. So, was haben wir hier schwarze Farbe? Ja, Markus, du backst bei mir hier voll durch die Gegend, ne? Ja, ich... Du bist grad bei mir voll am, äh, wie er ist dann? Wie er hält? Bei mir ist n hier oben in dem linken. Shufflen. Ja, der hat da grad voll geshuffelt da oben, so Moonwalk-mäßig. Green Child Briefcase, heh. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ja, Moment. Warte mal. Den Baseballschläger trau ich nicht. Moment, ich komm. Da hinten ist das nächste Gefängnis. Jupp. Und letztes Mal stand hier in den Tarnen ein Zombie, also... bisschen gucken. Ja, da hinten steht auch n Zombie. Echt? Wo? Links am, äh, an der Mauer. Da hinten? Ja. Den seh ich auch. Ja, genau. Weiß der kaum noch vor. Aber ich denk mal nicht, der schon uns folgen wird. Der steht mit dem Rücken zu uns, ich weiß nicht. Jo. Aber, am besten holen wir den. Aber, am besten holen wir den. Das ist sehr schön. Boah, keine Feuerwehr. Das ist die ich abgelegt habe, die ist bisschen damaged, aber... Die macht immer noch mehr Schaden als meine. Oh ja, trinken. Sonst nichts drin. Guts. Ein Shirt. Oh, da ist noch ein Trink. Oh. Mal richtig gucken hier. Leider unten drunter. Ja. Da war noch ne Sprite. Eine Spite. Eine Spite, meinst du? Eine Spite. Ich hab nicht versprochen, Entschuldigung. So, ich würd sagen, dann geh mal direkt weiter. Würd ich auch sagen. Was, war jetzt keiner unten von uns, oder was? Doch, ich... Achso. Nö, aber die Treppe... Nö, ich werd'n bisschen leichtsinnig. Oh, hier noch Munition für den Revolver. So. Für den Revolver. Erstmal noch flott ein Happen. Hier ist noch ein blauer großer Rucksack. um welcher und soll ich hier schon hat er pristine und dann hol ich den okay also wieder fünf Jahre warten Oh beruhig dich mal Jochen ich war ein Scherz zu schwanz ich hock mich im Gefängnis wir haben alle gelacht lalala ich finde das Lied von Jupiter Jones, den Arme fällt gerade nicht ein gut ja okay weiter geht's okay ich will diesmal wieder als erstes rauslaufen, ich habe gerade ein ungutes Gefühl erstmal wieder in die Hütte da ja genau rechts und dann direkt in die Hütte und dann eine Hütte weiter und so weiter eine Hütte weiter und so weiter seid ihr bereit? Können wir gehen? und Gas und Gas ja genau das hatte ich doch gerade so gleich die Feuerwehr erst rein weiter 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 ihr fetten Säcke geh mal durch die Tür hier wir müssen hier links raus ich glaube es sei zu Feuerwehr komm macht keinen Schiss wie ihr lauft das waren seine letzten Worte ja genau ich habe auch gerade gedacht der Zoll mich steht immer noch da vorne an den Dings aber dann habe ich da aber so gewollt ganz einfach ich bin jetzt mittlerweile viel leichtsinniger als vorher das freut uns eigentlich ja muss doch sein wir dürfen nicht alles so hart nehmen hier ist ja nur ein Spiel so hart und ein rotes Barrett oh was ist das hier? oh ne geile Lampe die mach ich gleich mal an jeder sieht wo wir sind in der Tower Handschellen Handschellen hier ist ein Chestholster die ist ein Chestholster die liegt am Military Helm oh ja war das der? der ist aber kaputt damaged ey ich bleib mal unten gell tue dies ja Black Head Torch und ein Jäger Barrett wenn ihr irgendwie eine Gasmaske findet oder so die will ich nehmen und hier oben ist nichts mehr ich nehme den Helm mit ich nehme die langläuwige drüben liegt noch einiges an Loot soll ich sagen wir laufen jetzt nur in den Tower oder? ja ja da lebt noch einiges an Loot da liegt noch einiges an Loot da liegt noch einiges an Loot da liegt noch einiges an Loot schlau vor Hallo Oma boah ihr seid da schon unten oh ihr Säcke wie werte es ist wahr das ist abgefuckt sie rüber zu laufen ja boah ich bin drin Gott sei Dank da unten liegt ein Visier glaub ich oder ein Flashlight hier sieht aus wie Farbe hier auch nochmal grüne Farbe geht zu André geht nicht was ist das denn kann ich nicht Leute Piloten Helm ich würde sagen wir gleich von einer hoch geht oder? ich bin oben grad du kannst hier den ganzen Nut gucken bei mir zu furcht oben rumgegangen oder zu dritt das ist sehr auffällig soll ich jetzt mal soll ich Wagen ganz hoch klettern? ach der guckt sich erstmal ein bisschen um Markus du gibst mir Deckung also ich hab die Feuerwehr und die Hange so hinten ein bisschen in Auge wer dringt? der hat war ein Bug nur wurde nur aufgemacht also habe ich jetzt wahrgedacht ja ok 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 jetzt nix da oben ok und weiter wieder durch die Feuerwehr und dann hinten raus ist der Feuerwehr durch die Hangars genau draußen liegt noch ein grüner Rucksack aber ein kleiner also dann sind wir alle bereit warte ich komm noch erst runter ich komm jetzt war schon draußen ey ey wartet mal ich bin noch hier oben Leute von heute deswegen hab ich nichts mehr gefragt weil du bist schon rausgerannt so jetzt komm doch mal zurück wohin jetzt die Feuerwehr? ja durch die Feuerwehr durch hinten raus und dann in die Hangars aber theoretisch können wir direkt durch die Hangars laufen aber hier ist eh keine Sau da hättest du es nicht sagen sollen wer stoppt hat hier hast du es ich meintest du hier sind Leute unterwegs die mit mehr als vier unterwegs sind wenn einer uns sieht dann hat der so viel Angst vor uns so wie der letzte eben Guys Ja das heißt eben wo die letzte Linie waren wo die letzte Linie waren es war ok die Knicks mehr Next Vielen Dank.